Hallo, ich bin Danilo. Ich komme aus Italien. Ich lebe seit 13 Jahren in München und habe seit 2014 eine Eisdiele. Und seit ein paar Jahren wollte ich ein Eisfahrrad gerne und mir für ein Geschäft wieder ein bisschen größer zu machen oder mehr flexibel zu sein. Ich habe mir eine schöne, rote, cooles Fahrrad mit alles. Es ist von heißem Wasser, Portioniere, Spüler und selbst total 100 Prozent selbstständig. Da kann man bis acht Stunden arbeiten, überall. Ohne Stromanschluss oder Wasseranschluss können wir auch auf dem Fahrradweg arbeiten oder Eis verkaufen oder Eisfreude machen. Und ich habe auch so seit ein paar Tagen weiter im Fühlen und eine bekannte Eisdiele in München. Und der heute hat mir schon gesagt, danke nochmal für deine Empfehlung. Ich habe es schon gleich bestellt und ich freue mich bald wieder mit dem Eisfahrrad zu sein.